Wohin ist er da, oder? Nee, der macht mir schade. Aber trotzdem, das ist jetzt ganz gut zum Level. Ach so, okay, okay, okay. Abilities gibt es jetzt eine ganze Menge, ich glaube ich habe dafür fast wieder 8 oder so. Oh. Desuart. Eben? Hi there. Is it true? I heard that Maester Seymour and Lady Yuna are to be wed. It's such great news. I have to tell everyone. Where'd you hear that? From the Guado. So, they were all very excited. Hm. I'm afraid you heard a little wrong. Yuna's gonna turn him down. Das weißt du noch gar nicht. Oh, really? Immer nur Spaß. Hey! It will not do to joke about a thing like that. Okay. So, dann machen wir erstmal mit ihm. Weizen. Weizen. Hey, hey, hey! Dann. Stummheb auf den. Hab gelernt. Dann. Schwarzmagie. Schwarzmagie. Ich hab's in Ruhe gelassen. 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 Nochmal reizen. Hey, du. Over here! Nicht betroffen. Und da stimmt aber auch nichts, der ist auch nicht stimmen. Ah, okay, okay. Ich brauche dann. Okay, hier geht es. Anfüllen. So, machen wir es halt wieder. Mach die wieder raus. So, dann versuche ich das mal. Schnapp ich mir gerade hier jetzt. Bodyguard? Drohne ist was? Nein. Nein! 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 Oh fuck, das wollte ich nicht. Ich habe mich vertippt. Und? Ich brauche mal die Rekordbeine einfach mal zu gucken, was sie fangen. Nein, nicht schon wieder. Ich brauche mich einfach mal anstrengen. Einfach mal um zu sehen. Wow! Aua, immer auf den Kleinen. Das bringt gar nichts. Okay, was besonderes? Wollen wir das klauen nutzen? Nein. Äh, wir holen die raus. Dann doch gegen Lulu. Machen doch wieder Schwarzmagie. Wasser. Wollte jetzt nur mal probieren. Das ist nicht so gefährlich. Ne, der ist jetzt tot. Ne, der ist jetzt so tot. Was? 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 Ich bin ja noch nicht. Machen wir einfach nochmal ein Ability-Hieb. Ich weiß noch nicht. Booyah! Das ist normal. Hm. Ich bin gut, ja? Ja, aber nur wenn er Kiste da ist. Oder wir klauen auch was. Einfach nur gegen Gegner. Es gab nicht viel außer Ability. Aber ich bin wirklich super. Klauen geht aber nur bei Kisten. Wenn Kisten in der Reihe stehen. Ah, okay. Das ist interessant. Was probiere ich denn wirklich mal? So. Also. Ey. Mit Wacker erstmal Auge wegmachen. Hab geklappt. Mit Lulu. Wasser auf den hier. Mit Lulu. Wasser auf den hier. Abgeklappt. Ich weiß noch nicht, was er hat. Der kann da nicht viel. Oder kann ich das probieren? Kraftbrecher? Kraft-Typ? Ich mach mal einfach so ein Kraft-Typ. Warum nicht? Ist ja eh es mir vor. War ja nicht so schlecht. War ja nicht so schlecht. Also Ability. Wir brauchen aber massenweise Abilities. Das heißt also. Einfach weitermachen mit dem Stil. Ja. So. Das mit dem Reizen war ja nichts. Also macht er. Erstmal den Schwimmhieb da drauf. Gut. Dann macht sie Schwarz-Magie. Auf den, was mit dem Reizen ist, ist sie vorbei. So. Der macht Auron. Auf den. So. Der macht. Ability Reap. Auf den. Angriff. Dann wird. Und das ist ein Hammer. Und dann? So. 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 Ich muss jetzt mal was vorhaben. Dann will ich sagen. Schwarz-Mobil. Wasser. Auf den. Auf den. Das ist gut. Der macht Amt. Auf den. Der müsste jetzt nehmen. Auch nicht. Angriff... Auf geht's. Wolle nicht. Wolle nicht. Oh, steigt doch jetzt nicht. Ah, okay. Ich habe immer noch das Gefühl, wenn man ihn mit einem Ability-Heap tötet, gibt es besonders viel. Der ist auch gar nicht mehr stumm. Das Blut jetzt nicht, ist aber egal. Oh, doch, verweichert er schlecht. Keine Mühe. So. Na, das war's. Okay. Ähm... Ist er immer so unfair? Okay. Okay. Ja, was ich was bin er noch, ne? Pesch. Aber ich würde ihn nicht drauf auskaufen. Dann macht er nur... ... 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 einem ... ... ... ... Das ist 10. Super. Noch ein Angriff. Also darf ich zweimal? So. Wacker. Stummen. Ganz krass, wieso ist der nicht stimm? Naja egal. Also ich muss eh sagen. Das ist schon toll. Okay. Wow. Wow. That was a close one. Stop kidding around. Yes ma'am. What's wrong? You're giving me the creeps. Hä? Kamera, rührst du mal auf. Kamera, Leute, ich meine, die ist ja wirklich niedrig und auch sehr sexy, aber das da ist ja wirklich wow. Aber ist ja schon geschafft, ne? Oh, wie süß. Gehen wir da rein? Guck mal, gehen wir da rein kurz. Wirst du mal? Dann speichern wir hier. Wirst du? Hm. Hm. Äh, Yuna? Ja, das ist das, was ich schwanger muss. So, kann ich hier überhaupt irgendwas... Äh? Na, mach das nicht. Hm? 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 Ich glaub, es war wichtig. Okay. Äh, äh, äh... Es ist wirklich nichts. Äh, ich... Äh... 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 Äh, äh... Äh, äh... Äh... Ja. Die Sphäre ist seine Wille. Sie sagt, schau mich an meinem Sohn. Sein Sohn? Seymour? Ich weiß eine Art, um ihn zu schauern. Entschuldigung. Und jetzt? Hmm. Waka waka waka. Okay. Wir schlafen. Buch auf der Theke. Lesen. Früher haus auf dem Kontinent Jose, eine Monsterart namens Kaktor. Die Kaktoren zerstörten Ernten über vielen Reisenden wüten ohne Ende. Da schien Zygandoth, der Mann, der später zu einem Medium werden sollte, Zygandoth durchreiste den ganzen Kontinent und trip die Kaktoren in diese Ebene Kaktor. Er jagte einen Kaktoren nach dem anderen und brach sein X-Siegel an. Plötzlich lösten sich die Kaktoren in Rauch auf dem Grund von Steinen aufgesogen. Sind seitdem in diesen Steinen versiegelt, tagten nach dem Donner ausgesetzt, bis jemand das X-Siegel bricht, wenn die Kaktoren dort gefangen seien. Zygandoth verbrachte Rupert die Tat in ganz Spira. Seiner Überzeugung nach besteht die Aufgabe eines Meeres nicht nur darin, gegen Sinn zu kämpfen. Wenn es mit Riku okay ist, können wir gehen? Wir sind noch nicht durch die Thunderpläne, also seid vorbereitet, ok? Ich habe schon gespeichert, ne? Prinzreisebedarf. Ausrüstung ansehen. Items ansehen. Was wollten wir noch kaufen, falls es das gibt? Nix hier, ne? Das ist alles normal. Lohn sie es, das nachzuschauen nach... Ausrüstung? Oder können wir einfach weitermachen? Das sieht aus, als wäre das alles eher Mist. Oh. Der sieht besser aus, der Wario-Mock, als der andere Wario-Mock. Soll ich den nehmen? Herr Revenger, ich... Ich erbitte euren Rat. Auch das ist besser. Auch das ist besser. Auch besser. Er schreibt mir nicht. Computer Abilities, keiner. Gleich kaufen. Also, alles. Alles, was besser ist, als das das vorher ist. Gut, okay. Den kaufen wir. Naja. Auf Wiedersehen, alle. after die 60. Stunden pasado. Viele ginken. Die Party. Alles, dein bist das istaltra automatically. E 살�trenso화. Auf Wiedersehen. Das war's für heute.